Böse Mann und Sinan G so könnte es ausgehen bin gespannt sind die sie schon mal Liken aus Prinzip vorher natürlich und wir schauen mal Memo Patient 2 Fragezeichen das war echt ein Memo Spezialstream Memo Patient 2 ja eventuell Boah das ist echt ein Kandidat für Patient 2 glaube ich oder Anspielungen auf die Umarmung im ersten Face-Off Straight Outer Esslingen hier auf seiner Brust ja müsste ja der Cindy sie wieder detailverliebt wie er ist da sind tausend Schläge die Sekunde schluss japaniak da ist er da ist er deine Strategie muss genau auf ihn eingestellt werden was soll ich machen sag das doch gleich warum ist er so wütend ich bin Transformer Bruder ich bin Optimus Prime in den Shit hier auf meine Straight Outer Essling nicht den Main auf meine Eier geht das Brat auf meine Eier auf meine Eier auf meine Eier auf die Eier boah was für ein Effekt krass was meint ihr was für eine Arbeit dahinter steckt geil komm schauen wir uns nochmal an geiles Effekt geiler Effekt geramed pa und classic ja man yak meine Eier Bruder ok aufsehen 1 2 3 Junge 1 2 3 was willst du bei meinen Eier das ist es vorbei scheiße geiles video kurz aber knackig cool daumen hoch hasen wild wie immer schön das wort spread